Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Bevor ich die drei Geräte ausführlich miteinander vergleiche, wollen wir heute erstmal schauen, wie sich das Samsung Galaxy S5 im Benchmarkvergleich gegen das HTC One M8 und das Apple iPhone 5S so schlägt. Zuerst vergleichen wir die beiden Android Smartphones natürlich im Quadrant Standard Benchmark miteinander, weil es den einfach für iOS noch nicht gibt. Später dann aber natürlich alle drei im Antutu, im Geekbench 3 und auch noch im SunSpider Benchmark. Vorab das Übliche, ich habe die drei Geräte natürlich neu hochgefahren. Der RAM ist geleert, wir haben bei allen drei Geräten keinerlei laufende Apps. Ihr seht es, die Bedingungen sind also wirklich identisch. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mal direkt mit dem Quadrant Standard, der wohl bekanntesten Benchmark-App für Android und klicken hier auf Run Full Benchmark, schauen dann mal, wer am Ende den höheren Wert ausspuckt. Vorab das vielleicht auch noch die technischen Daten von den beiden Geräten. Wir haben bei beiden den Qualcomm Snapdragon 801 Quad-Core Prozessor. Beim Galaxy S5 taktet der mit 2,5 GHz je Kern, beim HTC One M8 mit 2,3 GHz je Kern. Außerdem haben wir bei beiden natürlich 2 GB Arbeitsspeichern. Ich musste das Display vom Samsung Galaxy S5 etwas heller drehen als das des HTC One M8. Viele von euch, die vielleicht schon mal ein Handy abgefilmt haben, kennen dieses Problem. Die AMOLED-Displays flackern, wenn die Helligkeit zu niedrig eingestellt ist und man sie abfilmen will. Das sieht dann einfach nicht schön aus. Nur so zur Info, falls es so wirkt, als wäre das Display des Galaxy S5 zu hell. Ja, ich weiß, es ist zu hell eingestellt, aber naja, ich denke, es ist dann doch der beste Kompromiss, denn das stört einfach nur, wenn es flackert. Beide sind fertig. Ihr habt gesehen, es ist ähnlich schnell gegangen und wir haben auch ähnlich starke Werte. Beim Galaxy S5 haben wir 24.808 Punkte, ein sehr, sehr starker Wert. Und beim HTC One M8 haben wir 24.795 Punkte, wenn ich das so sehe. Ihr seht es also, die beiden sind sehr, sehr nah beieinander. Das war schon mal vom Quadrant Standard. Und weiter geht's im Antutu-Benchmark. Ihr seht es schon, wir haben den natürlich bei allen drei Geräten. Das iPhone 5S ist jetzt auch mit dabei und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Antutu braucht eh immer etwas länger. Viele von euch haben mir beim letzten Benchmark-Video mit dem HTC One M8 geschrieben, dass es den Antutu ja auch für iOS gibt. Ich hatte das auch irgendwie noch im Hinterkopf. Ich habe den damals, als er auf den Markt kam, für iOS mal ausgetestet. Da war er von der UI her und so weiter, vom Funktionsumfang der Version für Android weit hinterher. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Also vielen, vielen Dank für die Kommentare. Den habe ich jetzt gleich mal installiert und die nehmen wir natürlich mit dazu. Ihr seht es schon, beim Samsung Galaxy S5 und dem HTC One M8 haben wir den Antutu X-Benchmark. Das ist die Version, bei der das Schummeln verhindert werden soll. Ich kann euch aber gleich schon sagen, das haben auch einige im letzten Video geschrieben, wieso ich da nicht gleich den Antutu X genommen habe. Ich habe natürlich sowohl beim S5 als auch beim HTC One M8 die beiden, also den normalen Antutu und den Antutu X miteinander verglichen und es sind exakt die gleichen Werte oder identische Werte rausgekommen. Also das ist wie der Humbug. Wieder mal eine große Marketingmasche, wenn ihr mich fragt. So wirklich verhindern kann man das Schummeln in Anführungszeichen vermutlich eh nicht. Ich finde, das passt für einen Benchmark eh ganz gut, dass die Hardware da so hoch taktet, wie denn möglich ist. Denn mehr macht ein Benchmark eh nicht. Es zeigt, zu was die Hardware potenziell imstande ist. Für alles andere gibt es andere Tests. Also insofern finde ich das ehrlich gesagt gar nicht mal so schlimm. Nur kurz zur Info, wir haben beim iPhone 5S natürlich den Apple A7 Dual Core Prozessor mit 1,3 GHz je Kern und der 64-Bit-Architektur. Dazu gibt es 1 GB Arbeitsspeicher. Also hardware-technisch ist das iPhone 5S auf dem Papier natürlich überlegen. Aber ihr wisst es, bei Apple-Geräten kommt es nicht so auf die Hardware an. Die haben trotzdem eine gute Performance und sind meistens auch trotzdem bei den Benchmarks ganz weit vorne mit dabei. Insofern wird das jetzt, denke ich, ziemlich interessant. Kann man auch ganz gut vergleichen. In AnTuTu, ihr seht es nämlich schon, wie das Ganze abläuft. Das sind wirklich die identischen Tests. Denn die AnTuTu X-Version unterscheidet sich ja nicht von der anderen. Außer, dass eben das Schummeln verhindert werden soll, was es ja im Endeffekt eh nicht macht. Vielleicht noch ein paar Worte zu meinem ersten Eindruck vom Samsung Galaxy S5. Ich teste das ja jetzt seit zwei Tagen relativ intensiv. Ich habe es auch schon beim Unboxing erwähnt. Es liegt echt genial in der Hand. Ich dachte, das HTC One M8 liegt gut in der Hand. Aber das Galaxy S5 liegt echt nochmal besser in der Hand. Auch wenn ich das Design immer noch nicht gut finde. Aber das muss man Samsung lassen. Also es liegt echt verdammt gut in der Hand. Von der Ergonomie her ist es also top. Auch das Display gefällt mir richtig, richtig gut. Ich habe ja das vom HTC One M8 im Review gesagt, dass es mit das Beste ist, was man momentan bekommt. Ich bin mit meinen Display-Tests zum Samsung Galaxy S5 noch nicht fertig. Aber ich kann schon sagen, das vom Samsung Galaxy S5 ist auch richtig, richtig gut. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist der Fingerabdruckscanner. Der funktioniert ja eigentlich überhaupt nicht. Also er funktioniert schon, aber er ist einfach nicht praktisch. Dazu gibt es dann mehr natürlich im Review. Das funktioniert beim iPhone 5S mit Touch-ID deutlich besser. Ihr habt es gesehen, das Galaxy S5 war als erstes fertig. Darum geht es nicht. Es geht um den höchsten Wert. Und ich denke, ihr könnt es ganz gut an dieser Skala hier erkennen. 36.050 Punkte. Ein sehr, 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 sehr starker Wert. Ja, da denke ich, kann auch das HTC One M8 nicht ganz mithalten und das iPhone 5S auch nicht. Bei dem seht ihr es jetzt schon. Da haben wir 29.613 Punkte. Definitiv auch kein schlechter Wert. Und was habe ich erzählt? Ja, das war wohl Humbug. Das HTC One M8 hat 36.142 Punkte, was wieder ganz gut zeigt. Die beiden Prozessoren sind die gleichen. Sie takten vermutlich auch bis zum Anschlag hier bei den Benchmarks. Dementsprechend kommen auch absolut identische Werte raus. Ich denke, das sieht man hier mal wieder ganz gut. Soviel zum Antutu-Benchmark. Und weiter geht es jetzt mit dem Geekbench 3-Benchmark. Natürlich auch plattformübergreifend. Hier könnt ihr ganz gut die Weißwerte miteinander vergleichen. Wobei, behaltet im Hinterkopf, ich habe es ja vorher schon erwähnt, das Display des Galaxy S5 ist etwas heller eingestellt. Deshalb kann man das nicht so gut erkennen. Aber ich denke, man erkennt trotzdem ganz gut, dass das iPhone 5S und das One M8 einen etwas besseren Weißwert haben. Das hier ist etwas zu bläulich. Es ist immer so bei AMOLEDs, wobei ich sagen muss, für ein AMOLED-Display scheint der Weißwert hier sehr, sehr gut zu sein. Wie gesagt, ich muss meine Display-Tests erst noch fertig machen. Ich klicke auch beim iPhone 5S drauf und kann nur nochmal sagen, es geht nicht darum, wer als erster fertig ist, sondern wer am Ende den höheren Wert hat. Ich finde Geekbench 3 echt super, ist mittlerweile einer meiner Lieblings-Benchmarks. Einfach, weil er plattformübergreifend so toll funktioniert und weil er euch den Single-Core-Score gibt und den Multi-Core-Score gibt. Ist einfach ganz toll, wenn man den Quad-Core mit einem Dual-Core vergleichen möchte. Aber das werden wir gleich später noch sehen. Der geht eh relativ schnell. Da sollten wir bald die Ergebnisse haben. Ich denke, dass da das One M8 und das Galaxy S5 auch wieder sehr, sehr nah zusammen liegen werden. Wie gesagt, einfach weil es ein identischer Prozessor ist. Es gibt ein paar minimale Unterschiede, aber die fallen im Alltag eh nicht auf. Ihr habt es gesehen, das iPhone 5S ist schon fertig mit einem sehr, sehr starken Wert im Single-Core-Score. Nämlich 1.414 Punkte, da können die anderen beiden mit 952 und 975 auch nicht mithalten. Dafür ist das Galaxy S5 im Multi-Core-Score mit am besten 2.983 Punkte beim One M8 2.825 und beim Apple iPhone 5S 2.567 Punkte. Das war der Geekbench 3 Benchmark. Jetzt schauen wir uns dann auch noch Sunspider an. Und last but not least schauen wir uns also auch noch den Sunspider-Benchmark an. Ihr wisst es, das ist ein JavaScript-Benchmark. Wir haben bei allen drei natürlich die Version 1.0.2 und jeweils die Stock-Browser. Also beim Galaxy S5, beim HTC One M8 und auch beim iPhone 5S den Safari-Browser. Wir klicken auf Start Now bei allen drei Geräten. Und dann schauen wir mal, der geht auch relativ schnell. Ich finde, dieses Video ist auch ein recht guter Größenvergleich von diesen drei Geräten. Da seht ihr ganz gut, dass das iPhone 5S größentechnisch in einer ganz anderen Liga spielt. Ja, und das Samsung Galaxy S5 und das One M8 nehmen sich nicht so viel. Aber es wird natürlich auch noch ein ausführlicher Vergleich zwischen Galaxy S5 und One M8 bzw. S5 und iPhone 5S und One M8 und iPhone 5S folgen. Ihr wisst es, ich mache das immer gern nach den Reviews, weil ich finde, dass so ein Vergleich wichtig ist. Dafür sollte man sich Zeit nehmen. Ja, insofern noch etwas Geduld, aber die werden auf jeden Fall kommen und ich gebe Gas. Wow, 396,7 Millisekunden. Das ist meine Ansage. Das ist ein sehr, sehr starker Wert für so ein Android-Smartphone. Seht ihr auch im direkten Vergleich mit dem HTC One M8. Das hat 571,4 Millisekunden, was auch ein sehr starker Wert ist. Ich muss dazu sagen, hier gilt natürlich, der niedrigere Wert ist der beste, aber das sollte ja die Einheit Millisekunden schon erklären. Und jetzt schauen wir uns auch noch das iPhone 5S an. Ich hätte eigentlich darauf getippt, dass das iPhone 5S hier am besten ist. Da gab es heute erst einen lustigen Artikel drüber, dass der Safari-Browser immer noch der beste wäre. Aber ihr seht es hier, der Unterschied ist gar nicht mal mehr so groß, zumindest was die JavaScript-Performance angeht. Ja Leute, das war es auch schon wieder von diesem Benchmark-Video. Was lässt sich abschließend sagen, wie eigentlich zu erwarten war, schlägt sich das Galaxy S5 natürlich auch in den bekannten Benchmarks super. Und ähnlich gut wie das HTC One M8 vor ein paar Tagen schon. Aber das sind eben nur Benchmarks. Es gibt wichtigere Dinge, Sprichwort Alltags-Performance, wie sich das Galaxy S5 diesbezüglich schlägt. Das kennen wir dann natürlich im Review, das auf jeden Fall auch noch diese Woche erscheinen wird. In diesem Sinne danke ich euch natürlich fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen und sagt Ciao, bis zum nächsten Mal.